Nein, Maletzky ist da. Scheiße, ich geh wieder. Is halt echt so. Is da. Oh, was ist der Zweimander? Wenn du fröhlich bist, dann lutsch doch meinen Schwanz. Da ist der Panzer dahinten. Alter, wie die alle hier liegen. Guck mal, er hier. Das ist die Jungfrau Maria. Was? Weiter. Brian, Status rot. Alter, 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 Alter. Segus, lass mich roten. Ich hab sie getroffen. I will not get him. Ist der ein Elefant? Auf 40 Grad. Näher kommt. Okay, das hat's erledigt mit dem BTR. Was soll das werden, wenn's fertig ist? Er denkt, er gewinnt. Ich hauenglaubt im Schnauze. Was? Was macht der her? Herpiss dich. Negativ. Okay. Die beiden sind weg. Hacke. Hacke. Na gut, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Hacke. Wo seid ihr? Südlich. Hacke. Von Hanski. Ich glaub, die fliegt mal in der Wand. Ich hab zwei, ich kann ein Eis. Vorsicht. Ja, ja. Da war ne Stromleitung, die hab ich nicht so ganz früh gesehen. Aber ich... Irgendjemand spritzt. Negativ. Was? Schiefe Armer, Alter. Ich hasse das Spiel. Das Geilste ist... Lecky sitzt noch drinnen, das AFK. Wir können ihn nicht flippen. User left your channel. Alter, ihr seid so lappen. Dein Maul. Ich hole dich auch jetzt, man. Seid da aus jetzt. Ich bin ja schon dabei, ihr Wixx. Ich sag nix, ich geb wieder rauchen, ist nice. Das ist wie immer. Alter! Aus... Achtung, der... Ach... Äh... 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 Alter, das ist rechts von der Stellung, wa? Alter! Der ist rechts. Das ist ein richtig cooler Junge hier. Der hat richtig dicke Eier. Geil. User joined your channel. User left your channel. Also verstanden, äh... Crusader befinden sich momentan einmal mit Teiltruppe im Nordosten und einmal im Südwesten innerhalb Militär. Good luck in der Fahne und viel Spaß noch. Ja, hau rein, Günther. Was machst du denn? Guck nun hier. Äh... Ja. Alles klar. Alter. User left... Umgeben von Hartzielen und Weißzielen. Ähm, wie lang steht ihr hier noch? Ey, was zur Hölle? Ups. Toggotalk, Thema Geschichtsverkehr. Beide Partner sollten einverstanden sein. Es sollte kein Zwang sein. Paddy. Hat sie keinen Bock? Hol die Glock. Toggotalk, Thema Autismus. Menschen, die an Autismus leiden, müssen tagtäglich ertragen, bis an ihr Lebensende. Habt etwas Rücksicht mit den Leuten. Paddy. Ist das Kind am Zittern und am Ticken, musst du es von hinten ficken. Pfff. Ja, komm zu mir. Hier Hornet, unter 3 1, hier bräuchte ich noch. Dringendst Hilfe auf Marker Hornet. Musst du mich so erschrecken, du blödes Dreckvieh. Ah, mein Akkai, mein. Ey, wo bist du? Gerne. So verstanden. Sieh endlich. Immer wenn ich bayerisch denke, muss ich an den Arschfick denken. Wie kommst du da rauf? Ohne Spaß, Hans. Nein. An... An Schwanzlutschen. An Schwanzlutschen. Dösen wir's auf. Hornet, Yorkside Actual, komm. Wird. Habt ihr Dosenbier dabei? Ob wir was dabei haben? Ob ihr Dosenbier dabei habt? Oh, Alter. Negativ. Ah, verdammt. Der ganze Trupp zittert. Wir brauchen dringend hier Alkohol. Komm. Somit. Ich hab noch was besseres. Hast du das grad ernsthaft durchgefunken? Ich werde den gleich geben, wenn wir bei ihnen sind. Alles klar. So verstanden. Auch seit Ende. Ich kann mal Mediziner gebrauchen ganz gut. Ja, die kommen gleich. Ja, ich bin gleich da. Ne, wir brauchen noch gar keinen. Da vorne läuft noch Russe. Ah ne, ist ein Zivi. Also, erledigt. Habt ihr... Habt ihr Dosenbier dabei? Oh, herrlich. Ja, wenn du wieder wach bist, ist das Dosenbier kühl. Das schöne alte... Wie heißt? Ratskrone Express aus der Dose für 10 Cent, Junge. Herrlich. Ist das nicht auf der Plastikflasche, Alter? Ah ne, das ist Sternenburg nur. Nur Sternenburg aus der 1,5 Liter Plastikflasche. User left your channel. Und zur Not... Und zur Not bestellen wir halt die komplette LKW-Ladung Oettinger für den Fuffi. Von überall. Wir brauchen Dosenbier! Wir brauchen Dosenbier! Was ist er? Und am Pontar, siehst du? Ja. Och, ist der Zivi dumm. Ist der dumm, ey! Maletsky, was machst du? Ninja oder Ninja? Oh ne! Ich bin weg! Oh Mann! Oh Mann! Ja! Ich bin grad schon durchgeladen mit einer Heat und hat gerade auf das Deck gezielt. Hätt's ja machen können. Wär kein Auffang gewesen. Machst du hier Fotos? Ups, erst mal Foto von meinem Laris gemacht. Tschöö. Ah ja! Kann man davon überhaupt ne Foto machen? Äh... Ich bin auf jeden Fall! Ich bin auf jeden Fall geblieben. Ich bin auf jeden Fall vertreten. Ich bin auf jeden Fall geblieben. Alka! Ist euch auch so heiß geblieben wie mir! MAMMA MIA! Wie mir? Jed kommt wieder, Achtung! Der schießt! Oh! Oh der und der und der! What the f?? Yeah! Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was war das jetzt? Was war das jetzt? So machen, so und so Gleich geht irgendwas kaputt Herrlich Der Schnatzer, gibt's hier überhaupt ein Fahrzeug? Achtung Ja du Sau Wie sieht das aus, wenn wir da mit 5 Quads erstmal ankommen, der Russe scheiß sich doch in die Hose verlachen Was ist denn hier los? Ja, bin ich mit dabei, definitiv Blablabla Blablabla Ja, ich verstehe dich No, no Oh Is dann dead Oh Oh Gott nein 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 Oh Gott Oh Gott Wieso! Machs gut Was ist das denn, warte mal So, bittes müssen wir das Gebäude nicht mehr klären Oh, ja Sehr gut gemacht Das habe ich auch noch nicht gesehen Das spritzt mir, ja wie Was? Indie haben wir User joined your channel Ähm Mach schon rüber, komm rüber, komm rüber Wir sind vorhin auch noch über die Brücke gefahren Halt, halt mal ganz kurz an hier Was denn Bittest 6, T-Panzlerfeld jetzt mal wies, auf Freifläche, in die Zeit nicht erstattet. Wartel, 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 Wartel... Wie denn hier so eine Pläne? Ich hab Spannschrauben eingedreht! Warte, 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 warte... Gett die Scheiße, ich bin drauf! WEEEEEEEEEEEEEEEH! WEEEEEEEEEEEEEH! Ach, leg mich doch am Arsch! Nee, nee, warte, ich mach das kurz, warte... Warte, bleib, bleib nochmal... Warte... Ich hab das gleich... Warte, mach nochmal zu kurz, dass ich hier die Spax rein drehen kann... Warte, so... will ich einfach mit ihnen nicht rechts? warte, mir geht das mal... Wir gehen über den marketplace... Warte, espera... Warte! Warte! Warte, warte, warte... Warte... Warte, warte, warte... Warte, 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 warte... Warte, 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 warte... Achtung, ich komme aus Osten auf eure Stellung mit feindlichem BMP. So verstanden, sie nennt sich mit feindlichem BMP. Malitzki, hast du Standbeet? Nö. Ich fahr nicht. Wer fährt? Party. Party, steig, halt bitte an. Sein Internet ist ja grauenhaft. Was zum Henker? Datendefensiv an. Niemann, neusche, wir kommen zu das Fett, eure Sch... ...lange haben wir das Flug nicht mehr aus den Horn bekommen. Läuft. Oh, wer kann da gut parken? User left your channel. Hast gerade auf die Scheune gezeigt. Was ist da, da ist das Auto? Als ich sehe da hinten was, also da. Und warte mal. Wieso haben wir jetzt kein BRT bauen wollen, aber eine Atlet? Ja, der komische Scheune ist einer. Ja, in der komischen Scheune ist einer. Kleine Funktion. User joins your channel. Hast du den getroffen, oder was? Wie er damit den Kopf dreht. Nö, ich war das nicht. Ui. Hey, hast ein bisschen fetzige Musik aufs Land gebracht, ha? Oh ja. Und der erste Song ist der besondere Song, wenn du weißt, was ich meine. Die Musik zum Drauf- und Drüberlegen. Das ist genau das, was ich meine. Oh my god, ey. Oh my god, ey. Oh my god, ey. Oh. Oh.